hallo und herzlich willkommen zu ihr seht es ja warum sage ich das eigentlich immer es ist battlefield so wie ihr sehen könnt steht unten wir fangen mal ganz von vorne so ich im moment sind sind gar keine spiele auf irgendein dlc server also besonders getaway auf irgendein getaway dlc server getaway ist der neue dlc färtlein und wir sind jetzt in diesen turniermodus den möchten wir gerne durch zusammen ausprobieren ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht und ja da steht auch squad überfall auf ablenkung und vorsicht zug vorsicht zug ist getaway und glaube ich ablenkung auch geld weil mein ich dann drücken wir jetzt match jetzt beitreten tritt server bei das ist das ging schnell und wir sind bei vorsicht so groß ist ein schöner dampflok ich recherchiere könnte ich bestimmt auch die in den lok typ da bestimmen müssen wir haben 60 herz ticket um das ist schön dann immer die m 16 a3 irgendwas noch kurz dabei vielleicht noch ein tanum damit schön aussieht irgendwo da unten aber ein bisschen bronze oder ich wusste es so ich glaube wir sollten jetzt keinen scheiß machen weil ich mache scheiß weil ihr hört mein sound das ist nicht so gut sorry ihr habt gerade mein sound so so set up das bringe ich irgendwann noch um weil kabel über und wie so so dann wollen wir mal gucken haben wir hier irgendwelche wow das Squadüberfall so ich habe mich natürlich aufmerksam gemacht ich sehe den nicht doch ich habe ihn gesehen ich habe einen hoi ah ist da noch einer nö gut dann wollen wir mal gucken wir müssen den Tresor ver... ist das... wo ist der Tresor ähm 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 sind die hier irgendwo da ich weiß nicht was ich machen soll ist das... das ist der Arte... das ist der Artefakt schaltet den Kurier aus ok da ist ein... ein Spieler da ist... da war auch ein Spieler jetzt äh liegt da auch noch eine Leiche wo ich äh tot war also ist meine Leiche äh sieht aus wie... weiß nicht es ist eine normale Runde im Moment auf äh vor... Vorsicht Kleise Vorsicht zu weiß nicht wie die Map heißt aber ah fuck ich habe auf jeden Fall zwei äh genommen so ich muss noch mal kurz gucken was muss ich hier machen ich muss hier die sind im Moment müssen wir äh ja so ok das heißt ich muss mal kurz nach da die haben wahrscheinlich auch äh Gebiete ausgegrenzt wo man nicht hin darf aber ich weiß nicht dass es jetzt so eine normalen Map ist weil ich habe die Map noch nie gespielt ich hätte es glaube ich am Dienstag aufnehmen sollen letzten Dienstag oder ist Gas ah normale Überfallrunde ach verdammt ich hätte mich glaube ich irgendwo sammeln müssen ok was ist das achso wir haben es verkackt jetzt wird auf eine kleinere Map umgestiegen haben wir es verkackt kann sein dass wir es verkackt haben aber auf jeden Fall ach wir müssen beschützen kann das sein ja wir müssen beschützen ok ja Schnauzezug da Schnauzezug gut das ist jetzt ein eigenes Fahrzeug das ist äh weiß nicht soll ich jetzt happy sein wow merkt mal merkt mal verdammt nochmal ey so soll ich ein Setup verändern was ich besser kann ja mach mal äh wie ist diese A21 ich kenn die ich 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 tu dir jetzt erst nicht auswählen so die AEM mit Laser äh schwerer Lauf und Kurzkopf so ja oh scheiße und kein Visier was ich gleich wenn ich tot bin ändere so ok Leute wir müssen jetzt gucken dass dass die dass die dass die dass die diesen scheiß Diamanten spielen ach sorry oh so ach verdammt ach verdammt oh god so jetzt aber mit Dings mit mit Cobra so wow so das heißt wir haben jetzt wir müssen jetzt das dritte Verteidigung wenn wir das jetzt nicht schaffen ey ich weiß auch nicht wie ähm verdächtiger gesichert wui stell die Beweis bitte sicher das ist ja irgendwie geil das ist ja irgendwie geil so die haben anscheinend 25 Tickets und die müssen wir halt verbrauchen dann gehts doch um Kills ja ich bin irgendwie schwer bezüglich ähm alter da ah er ist gefallen mal äh äh da äh nein da doch kannst du mal rauskommen draußen bleiben los 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 ja da kann ich ok ich sollte eine genauere Pistole nehmen besonders für diese Distanz und ich sollte diesen Typ mal reanimieren oh gut ähm ähm Fahrzeug achso achso aus äh boah scheiße ey nicht die Hälfte kommen alle von von der Seite es gibt ja auch nur so einen Weg oh Gott da jetzt habe ich mich doch erschreckt ich dachte wie können die denn da nicht so weit vor wir müssen das schließlich verteidigen verdammt nochmal da darf keiner hin ich habe ein Gesicht ähm ja du ist ein komm nimm ihn hol ihn dir ach oder er völlig egal wer ihn holt hier ist der Medikid gut zu wissen besonders weil ich es selber geworfen habe äh äh ich erschütte laute ok das ist nur vom Teammate geil nochmal 5 mal killen das wäre nice ähm ähm ok jetzt würde ich mal waschen weil die sind nämlich ziemlich am Ende oh fuck ja das ist in die Hose gegangen weil die im Moment noch ein Ticket haben so ok ok wow das heißt es darf nur nach ist da verdammt noch verdammt nochmal nur einer spawn schön also keiner mehr haha schön zur Rückgabe ist wieder an seinen rechtmäßigen Platz das heißt wir haben den Überfall verhindert auch wenn wir nur äh nur einen von drei verteidigt haben aber wir haben ihn verhindert Mikes wow hey oh ja ich bin Sgt ja cool das ist ja cool ok das haben wir jetzt echt mal was gemacht finde ich warum denn nicht ne so ähm Match wird verlassen in wow na komm ich verlasse so ähm ja ich weiß nicht wie lang die Aufnahme ist Moment ok ja die Aufnahme ist eigentlich schon lang ich bin jetzt an Position ähm 980 ja und es gibt auch eine Standardliga und zwar Rettung auf Drogenlabor Nachtraub ja die geht im Moment ein bisschen länger aber es wird in in nächster Zeit mehr solche Turnieren geben und die laufen halt alle ab und ja im Moment bin ich 980 star so ähm würde ich sagen das war's für heute auch ich glaub das war kurz ich hab grad keinen Überblick aber tschau bis zum nächsten Mal schaut das Video gleich an abonniert den Kanal und tschau 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 hallo ja die Aufnahme war doch ein bisschen kurz naja hab ich eben erst bemerkt oder egal eigentlich hätten hab ich's eben gemerkt also nach der Aufnahme hab ich direkt gemerkt aber egal ähm ich wollte mit euch noch was äh besprechen also ein Thema besprechen und zwar geht's um die Dis- Dislikes äh von den Battlefield-Videos und äh zwar haben die ähm meistens ähm meistens sind äh sind Dislikes vorhanden also ich weiß nicht irgendwie bei Battlefield nur ganz schlimm warum sehe ich das nicht so und da da ist jetzt ein also dann frage ich euch was ist scheiße bin ich das ist das Mikro das ist das Spiel das ist das ich weiß nicht was das ist weiß ich nicht was das ist ist sagt redet mit mir besprechenden Menschen können geholfen werden ja also schreibt's mir unten in den Kommentaren und Leute ich weiß nicht ich weiß nicht was ihr für ein Problem habt aber ich will's herausfinden gut dann würd ich sagen dann war's das doch für dieses Video jetzt ist jetzt die zweite abmod abmoderation ähm ja dann tschau das Video warum mach ich das eigentlich ich sag dann tschau und bis zum nächsten Video aah ooy Multikill und kann jetzt einer mal die scheiß Drohne wegmachen das Ziel alpha nach wird